Guter Gott! Ein Mörder läuft frei herum! Hört her! Garnier von Nablus ist ein guter Mann! Er möchte euch helfen! Er hat einen Eil geschworen! Warum würde jemand so etwas tun? Niemand ist so begnadet wie der gute Chirurg, der die Hospitaliter anführt! Garnier von Nablus ist unerreicht! Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Ihr seid erledigt! Gebt auf! Ich kann deinen Atem hören! Da! Kommt schnell! Lass mich denn kommen! Jetzt denkst du also, du könntest dich mal stecken wie eine Ratte! Du kannst, bin ich denn kommen! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Ich habe ihn gefunden! Er ist hier! Ich komme ein Bär! Wie sie! Er ist da drüben! Glaubt ihr mich abschütteln zu können? Du kannst dich nicht ewig verstecken! Ich habe ihn davon aus! Sag mal, was ist das denn? Du kannst dich nicht ewig verstehen! Ich bin dann gebraucht! Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstehen. Ein bisschen Geld, ein paar München. Ich klee euch an, Herr. Ich misse euch doch nur mein Spaß. Meine Familie ist gestorben, Frank. Könnt ihr die einfach münchen entwehren? Er hat keine Geld. Wie der gute Chirurg, der die Hospitaliter anführt. Garnier von Nablus ist unerreicht. Volk von Arkon, hört her. Garnier von Nablus ist ein guter Mann. Er möchte euch helfen. Er hat einen Reifen schworen zu Ende. Er hat einen Reifen. Er hat einen Reifen zu Ende des Fels. Ah, das ist mir furcht. Er hat einen Reifen. Sieh, ihm wird sich ein Allerwachsener oder Garnier mitgegenwetradiert. Garnier von Nablus ist ein Problem. Er hat einen Reifen HEID. Er hat einen Reifen bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber Gutding braucht Weile. Gnade! Gnade! Tötet mich nicht! Ich tue, was ihr verlangt! Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Das ist ein großes Omen. Ich bitte euch doch nur, mein paar kleine Münzen. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen empfehlen? Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Stirn, du Dieb. Bitte helft mir. Hilfe. Ihr wart es nur, um meine Augen zu stehlen? Ich nicht. Das kostet euch euren Hals. Was ist los? Bitte. Ich steh nicht, was wir damit erreichen. Nein, das dafür wirst du bezeichnen. Ich steh nicht, dass ihr gerade vorbeikamt. Ich steh nicht, dass ihr gerade vorbeikamt. Ich schulde euch. Oh nein, wie schrecklich. Ich steh nicht. Ich steh nicht. Ich steh nicht. Du ents�t sie nicht. Ich steh nicht weiter. Ich steh nicht. Ich steh nicht so. Ich steh nicht immer noch nicht. Nein, duONE das nicht. Ich steh nicht. Ah, wie nackwürdig. Was für ein Narr. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Der hat gar nicht hingesehen. Guter Herr, ich bin nur ein Antermann. Bauer, Bauer! Noch eine Minute und sie hätten mich entfügt. Ich schulde... Ist das... Oh nein. Hilfe! Wache! Der dort hat jemanden getötet! Kommt nicht näher! Kommt vor! Kommt alle! Ich habe viel Pfeil zu bieten! Kommt und lasst nicht euch alle meine Waren. Habt ihr Interesse an meinen Waren? Das hat mir gedacht. Könntet ihr vorsichtiger sein in meinem Alter? Bewegung! Was ist euer Begehr? Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Was gibt es? Was denkt sich die Reise? Er muss bald Bühne wären! Ihr seid erledigt! Gebt auf! Geht euch an! Ich friere euch an! Freund hol ich mir! Geht euch an! Geht euch an! Verabd ich mich an, ich frische kann! Verabd ihr sehr schnell! Bleibt dran! Lass sie nicht entkommen! Könnt ihr die nicht? Warum sollst du nicht rachen zum Spiel? Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig. Das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lasse mich nicht von dir bestehen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Der Mann, der dafür verantwortlich ist. Ein Assassine! Lass die nicht entkommen! Angeber. 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 Ja! Da! Da! Ja, da! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! noch eine minute und sie hätten mich entführt ich schulde euch meine freiheit was ist hier passiert